Yo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, ich gebe euch heute ein Thema, wo ich mal ansprechen möchte, Thema Erkältung. Digger, mich hat es in den letzten Tagen einfach so zerstört, mich hat es so auf gut Deutsch gefe... Alter. Digger, schnupfen, Nase zuhören, Husten, Reizhusten. Da war manchmal zum Beispiel so ein Husten drin, wo im Hals war. Digger, war richtig komisch, Alter. Und mich jetzt immer noch nicht so gut, Freunde. Mir ist ab und zu immer ein bisschen noch schwindelig. Ich bin viel müde, beschäftige mich mit sehr vielen Puppen. Na jetzt war es zur Seite. Also was ich eigentlich noch habe, ist eigentlich noch Schnupfen und Atemprobleme. Also ich habe ja Asthma, falls ihr es noch nicht gewusst habt, wie man hier erlebt, ich habe ja Asthma. Wenn man das Gerät da sieht. Also das geht jetzt halt wieder los, weil es war ja bis jetzt immer gut und seit... Was haben wir jetzt heute? Freitagnostag? Seit Dienstag? Oder nee, Montag? Doch genau, seit Dienstag. Und dann wollte ich auch, wenn ich danach bin, wenn ich wieder auf Nordheim gegangen bin, weil es will nicht gut gehen. Das heißt, ich bin mit dieser Woche gar nicht dahin gegangen. Im Montag muss ich jetzt am Montag wieder gehen. Sorry, dass gestern kein Video kam, ich war so fix und fertig. Ich bin jetzt noch fix und fertig, aber gestern war extrem schlimm. Jetzt bin ich halt noch richtig fertig, weil ich halt noch Mühe bin, weil ich jetzt schlafen möchte. Ich bin ja total am Arsch. Aber sonst geht es mir entsprechend sehr sehr gut. Nicht sehr sehr gut, sondern entsprechend besser als... Ja, es geht mir einfach gut, sagen wir mal so. Weil wieder etwas, was ich noch abschlupfen möchte. Noch ein bisschen Kreislauf, Luft. Und manchmal ein bisschen so weizleichter husten. Noch nicht mehr ist es nicht. Also es ist noch nicht so in Anführungszeichen, dass ich mir keine Pizza mehr würden kann oder Bier. Aber man spürt es halt schon. Oder Muskelkater, Kickerschmerzen hatte ich halt alles. Man hat es gespürt, Alter. Also ich habe das, bis jetzt wo ich krank war. Ich bin so mühe. Ja, ich freue mich dafür. Aber ich bin so am Arsch. Wie gesagt, das YouTube-Video für Mittwoch, weil ja gestern keins kam, war ich so fix und fertig. Ist es das YouTube-Video, das heute kommt. Also das ist für Mittwoch, nur ist klar, ich halte jetzt erst hoch, weil ja, ich halte gestern zu am Arsch. Aber ja, Sonntag wieder alles normal, nächste Woche auch. Ja, hoffen wir, dass es wieder ein bisschen besser geht, Freunde. Wie gesagt, ich bin ein bisschen noch leipkältet. Sonst geht es mir eigentlich entsprechend sehr, sehr gut. Eine Kältung ist einfach so fucking, Alter. Das ist einfach... Wieder seit dem Dienstag ist das Asthma wieder sehr, sehr scheiße. Ihr könnt mir mal einen Tipp geben, was wir noch machen können. Eigentlich ist es ja nur ähnliert, Freunde. Aber... Ich weiß halt auch nicht, Freunde. Dieses Hin und Her ähnlieren, das wird ja nicht... Und dann nächstes Jahr wird es ja nicht so schön sein. Ich muss es richtig halten, so wie gut ist es, dass ich damit auf jeden Fall nicht sterbe. Weil wenn ich es nicht will, habe ich noch in Anführungszeichen noch einen Asthma-Spray, aber das ist auch nicht so... Aber ich muss halt das nehmen, sonst ist es halt nicht cool, Freunde. Kann man sterben. Genau. Wir sehen uns am Sonntag. Wieder schauen und reingehauen, wo wir uns am Sonntag sehen. Das ist meine Minsel-Kaser-Optik. Also aktiv da oben. Und wir sehen uns, Freunde. Peace.